Da steht das gute Stück. Unser WDP-Bauwagen, also das Witter. Wir haben den jetzt gebraucht, besorgt und wollen ihn jetzt natürlich noch ein bisschen ausbauen, gestalten. Alles von den Materialien her möglichst nachhaltig. Wir haben jetzt schon mal Altholz für den Innenausbau gestellt, aber wir sind auf eure Ideen angewiesen. Wie sollen wir ihn außen gestalten, wie sollen wir ihn innen gestalten? Schickt uns eure Ideen oder kommt vorbei, werkelt mit. Und dann schicken wir ihn auf Tour, nach Berlin natürlich, weil da wollen wir auch im Herbst rein in den Bundestag.